Vergangene Woche war ich spätabends unterwegs gewesen auf einer Landstraße, die ich nicht kannte. Und es war schon dunkel gewesen und leicht neblig. Und plötzlich musste ich voll in die Bremsen gehen, weil die Nebelschwade so dicht war, dass ich keine 20 Meter im Voraus sehen konnte. Und aus einer gewissen Entspanntheit und Sicherheit wurde eine Ungewissheit. Was erwartet mich jetzt um die nächste Kurve? Im Leben schmieden wir Pläne, wir machen uns Gedanken. Dabei können wir nicht wissen, was uns in einer Minute erwartet. Geschweige denn von dem, was uns in einem Monat oder in einem Jahr erwartet. Was ist, wenn es mal nicht nach Plan läuft? Wenn Lebensstürme toben und wir ja nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ich finde, da hat die Bibel eine super Antwort. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, der wird nicht wandeln, in der Finsternicht, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine super beruhigende und fröhliche Botschaft. Auch wenn man es nicht nach Plan läuft, habe ich trotzdem eine Gewissheit, dass Jesus es in seinen Händen hält. Dass er mein Leben in seinen Händen hält. Und da kann ruhig Frieden und Ruhe in mein Herz einkehren. Und wir haben eine klare Sicht mit ihm. Wenn die Stürme draußen toben und die Lichter gehen aus, Dann fühl dich sicher aufgehoben in meinem Haus. Die Melodien werden leiser von den Menschen, die du liebst. Und deine Wunden werden tiefer, wenn du weiter ins Dunkle gehst. Wenn die Stürme draußen toben und die Lichter gehen aus, Dann fühl dich sicher aufgehoben in meinem Haus. Die Melodien werden leiser von den Menschen, die du liebst. Und deine Wunden werden tiefer, wenn du weiter ins Dunkle gehst. Dreh dich um und du hast klare Sicht. Dreh dich um in das wahre Licht. Denn ich geb dir klare Sicht, auch wenn Nebel vor dir ist. Ich bin die klare Sicht für dich. Denn ich geb dir klare Sicht, auch wenn Nebel vor dir ist. Ich bin die klare Sicht für dich. Und wenn alle Stricke reißen, du dein Ziel verloren hast. Dann komm mit mir auf eine neue Reise. Denn ich geb dir klare Sicht, auch wenn Nebel vor dir ist. Ich bin die klare Sicht für dich. Denn ich geb dir klare Sicht für dich. Denn ich geb dir klare Sicht, auch wenn Nebel vor dir ist. Ich bin die klare Sicht für dich. 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 Wenn du uns finanziell segnen möchtest, dann kannst du uns per Paypal oder Überweisung unterstützen. Wir wünschen dir Gottes Segen. Ich bin die klare Sicht für dich. 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 Vielen Dank.